UNTERTITELUNG Dein Freund von der SS kannte das Versteck und das kannst du ihm verraten haben. Du warst ein Teil der Familie. Romans, geh mal! Lassen Sie meine Mutter los! Das ist eine Kopie. Man hat es reingelegt. Verhindern Sie eine staatspolitische Katastrophe. Wo ist der Michelangelo? Hol meine Mutter aus dem Laden, lass sie in die Schweiz und ich sag dir wo der Michelangelo. Bringen Sie nach Berlin. Du brauchst mich nicht. Heidegger. Du überlebst das hier nur wenn du mitspielst. Kann man ein paar Stunden haben das Bild? Diese schlaue Kreatur hat es in einem Schweizer Bankschließ. Warum hast du das getan? Erbinden Sie mich sofort mit Berlin! Warum kommt das Bild nicht im Safe? Bildholz. Ist der Mutter heute Abend vielleicht gar nicht in meinem Leben? Einzige, der wirklich weiß wo dieses Bild ist. Ist mein Vater. Er wurde lebt. Geht! Geht! Geht!